so einen wunderschönen guten morgen meine lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jb trading deinem youtube kanal von trader für trader wir schauen uns gleich gemeinsam bitcoin und ethereum an was erwarte ich vom markt in den nächsten stunden was ist in den vergangenen stunden passiert gibt es irgendwelche relevanten neuigkeiten schauen uns gleich an aber erst einmal heute fangen wir mal wieder mit dem dollarindex an wir sind hier beim dollarindex im internen bayerischen trendwende bereich nach wie vor warum sage ich euch das das werden wir gleich beim bitcoin sehen warum das so ist warum das hier erst einmal relevant sein könnte dieser bereich beim dollarindex geht von 105 25 punkte bis hoch zu 106 punkte knapp von hier aus jederzeit eine korrektur möglich oder ein abverkauf ja das ist ein deshalb der index der dollarindex das spiegelt ja keine absoluten werte wieder sondern einfach nur marktbewegungen in korrelation zu anderen währungen also das ist das was wir hier beobachten können als jemand an diese korrelation glaubt die war in den letzten wochen und monaten sehr präzise schauen wir uns mal an hier übergeordnet sind wir auch in einem abwärts trend wenn wir uns diese letzte abwärtsbewegung anschauen das war die letzte impulsive bewegung die war abwärts gerichtet jetzt kommen wir hier relativ korrektiv nach oben das ist aber auch ansichtssache ja man könnte es auch als hier als impuls werten müssen wir gucken aber auf jeden fall wäre es möglich dass wir mit dem dollarindex runter gehen weil wir sind ja hier in diesem bereich sind wir abwärts gerichtet mit lower lows und lower highs müssen wir gucken wie sich das die nächsten tage entwickelt aber dieses szenario ist noch nicht vom tisch dass wir hier korrigieren und noch mal stärker zurückkommen beim dollarindex und das ist das warum ich euch das unbedingt sagen wollte weil es könnte wieder diese korrelation geben das gleiche was wir beim dollarindex hatten dass der dollarindex in einem bergischen trendwende bereich steckt ist bei bitcoin so dass in einem bullischen trendwende bereich steckt das ist nach wie vor gut für uns für die bullen ja dieser bereich beim bitcoin geht von 66.134 bis 62.735 us-dollar solange wir uns in diesem bereich aufhalten ja ist es gut wir können uns sammeln weil wir uns das hier anschauen wir hatten hier auf dem tagestreifen sieht man zeit deutlicher eine erste impulsive bewegung jetzt sind wir hier sehr korrektiv ihr seht es ja hier selber und das könnte dann später oder im zusammenhang dann eine impulsive korrektive impulsive bewegung sein so ist es nach system so ist es nach regelwerk lange das hier macht ist alles tut die sieht alles gar nicht so verkehrt aus was der markt hier macht darf sich sammeln er sollte es auch weil er kennt ja die problematik was wir hier oben haben diese 70.700 us-dollar das ist das key level was der markt nachhaltig durchbrechen muss und wenn ihr wenn wir uns das hier anschauen wir hatten hier den ersten versuch sind runter haben es direkt wieder versucht ja ohne uns stabilität im markt aufzubauen wurden wieder rejected dann direkt runter und gleich wieder versucht ja ihr seht ja wie wichtig eine stabilität im markt ist wir haben hier keine stabilität ja das sind ein paar tage bevor der nächste versuch kam hier runter auch hier nur ein paar tage und dann wieder versucht da sind wir hier runter haben uns hier länger aufgehalten in diesem trendwende bereich in diesem weißen übergeordneten trendwende bereich wo wir auch hier eingestiegen sind bei 58.000 us-dollar auch da haben wir es versucht da war die seitwärtsphase etwas länger beziehungsweise die korrektive phase die war etwas länger aber selbst da haben wir es nicht geschafft mit diesem impuls hier nachhaltig drüber zu gehen über die 78 über die 70.700 us-dollar deswegen ist es jetzt wichtig dass uns hier korrektiv seitwärts abwärts bewegen und uns hier jetzt fangen in diesem bereich damit wir genug käufer einsammeln können wo uns der markt nach oben pushen so einfach funktioniert das man muss einfach nur gucken was uns der markt gibt und mittlerweile haben es auch viele in meiner community begriffen kommt immer mehr die aussage wir können nur das train was uns der markt gibt und das ist genau das wir können nur dass wir können nicht irgendwelche wunschszenarien uns herbeiführen sondern das was der markt uns gibt das traden wir und wenn es nichts gibt so da bin ich wieder meine bronchitis oder was es ist macht mich zu schaffen also gucken wir mal wie gesagt wir können nur das traden was uns der markt gibt und wenn uns der markt signale gibt und sagt hey wir können aus diesem bereich nach oben durchziehen ja die bewegungen die erlauben es einfach wenn wir uns auch hier übergeordnet das anschauen ja wir sind ja hier in einer großen seitwärts konsolidierung mehr oder weniger das ist eigentlich nur eine range ja ob wir uns hier jetzt bullisch akkumulieren oder nicht das sei mal dahingestellt auf jeden fall müssen uns einfach an die bewegungen halten und der markt sagt uns einfach ganz klar wir sind hier impulsiv aufwärts gerichtet ja alle impulsiven bewegungen gehen aufwärts hier hatten wir einen impuls nach oben ja korrektive abwärtsphase nächster impuls nach oben korrektive abwärtsphase ja das ist einfach der markt gibt es uns ja ob es danach auch so kommt ja oder ob die großen mit uns nur spielen das weiß eben halt keiner wir können uns bloß nach den wahrscheinlichkeiten richten und die wahrscheinlichkeit ist halt dass wir aus diesem bereich nach oben weiter steigen können zumindest in dem bereich von 74 bis 78.000 us dollar da wo ich ja schon den markt seit wochen sehen will gucken wir mal ob wir es machen ja sonst gibt es nichts zu sagen nach wie vor dieser bereich muss nach oben durchbrochen werden aber im besten fall ja will ich vom markt hier kein rumgeeiere mehr sehen so wie hier dass wir hochgehen und dann wieder runterkommen ja weil wenn wir jetzt hier nochmal rejected werden sollten bei den 70.700 falls wir jetzt überhaupt hochgehen ja aber wenn wir hier in den nächsten wochen hochgehen dann muss er das hier in einem impuls nach oben bestätigen ja wir können gerne so etwas sehen aber er muss in einer impulsiven bewegung nach oben das bestätigen diese korrektur phase dann sieht es gar nicht so schlecht aus und dann könnte aber tatsächlich noch eine große korrektur kommen ist sogar wahrscheinlich ja aber ich will zuerst dass er diese bewegung nach oben hin zu ende bringt solange wir hier in dieser zeitplatz phase sind ist es auch für die altcoins die ziehen jetzt etwas nach die haben viel nachzuholen und da könnte auch schon der nächste trigger werden und zwar der ethereum etf steht ja nach wie vor in den startlöchern ich habe gestern noch ein tweet gesehen dass es dass der angeblich in den nächsten drei wochen durchziehen soll irgendwie hat die sec in einem statement gesagt dass sie ethereum nicht weiter verklagen wollen oder die kooperation oder die kooperation also die firma dahinter nicht weiter verklagen wollen und von jeglichen anklagen absehen werden ja das könnte wieder ein indiz dafür sein dass jetzt demnächst der ethereum etf komplett zugelassen wird also halt auch handelbar wird deswegen könnte ein katalysator werden für die altcoins und da gehen wir auch gleich auf ethereum drauf ein auch bei ethereum genau das gleiche spiel wir sind auch hier in einer aufwärtsbewegung genau gleiches spiel wie bei bitcoin die letzten impulsiven bewegungen sind halt alle aufwärts gerichtet ja wenn wir das hier anschauen impuls nach oben korrektive seitwärts abwärts phase das was wir sehen soll wollen dann nächster impuls nach oben da sind wir hier wieder korrektiv abwärts gerichtet und aus diesem bereich wo wir schon zweimal angetestet haben oder schon zweimal liquidität daraus gefischt haben haben wir raus reagiert wichtig ist es halt für ethereum auch hier ähnlich wie bei bitcoin dass wir hier diese diesen bereich rausnehmen 3842 us dollar sind nachhaltig zu durchbrechen im besten fall natürlich nachhaltig über die 4000 us dollar da würden wir hier so ziemlich jedes bärische muster rausnehmen natürlich bestätigt das erst wenn wir über die 4100 drüber gehen und dann steht dem weg richtung viereinhalb bis 5000 us dollar nichts mehr oder steht der bewegung nichts mehr im weg so mein deutsch wird halt auch nicht immer besser also bei ethereum genau das gleiche solange wir diesen bereich hier halten die 3385 bis 3046 us dollar ist alles tuti sieht alles gar nicht so verkehrt aus was der markt macht wie gesagt das hier wird als resistance erst mal dienen aber auch hier solange wir hier so etwas sehen und hier dieses hier dieses bestätigen können wir ruhig weiter durchziehen schauen wir uns auch kurz die möglichen preis ziele an von dieser letzten aufwärts bewegung was wir hier haben und gucken wir mal wo sie uns hinbringen könnte falls wir jetzt das low gesehen haben bei ethereum schauen wir uns an da liegen die preis ziele bei 5200 bis 5700 us dollar also wenn es der ethereum etf zugelassen werden sollte ja oder halt handelbar wird da erwarte ich einen ähnlichen ausbruch wie bei bitcoin wo wir extrem gestiegen sind von ich glaube damals war es wo waren wir da bei 35.000 us dollar und da sind wir auf 70.000 hoch also eine verdoppelung das können wir hier bei ethereum durchaus sehen vielleicht sogar noch stärker aber schauen wir uns mal das ist alles nur wunschträumerei das machen wir nicht wir traden das was uns der markt gibt das hier und jetzt ist wichtig für uns und solange wir das halten wie gesagt diesen gelben bereich mit dem doppelten boden mit dem möglichen doppelten boden ist alles gut er kann auch nochmal zurückkommen und diesen bereich nochmal komplett ausnutzen wir wissen es nicht aber wenn er den nächsten impuls nach oben hin ausbaut dann sollte er hier auch bei ethereum über die 4.100 us dollar im besten fall drüber gehen so ich würde sagen das war es auch mit dem update video vielen dank dass du bis zum ende durchgeschaut hast wenn dir dieser content gefällt und du mich unterstützen willst aktiv unterstützen willst würde ich mich freuen wenn du ein kostenloses Abo da lässt ein kommentar und ein like probiere auch gerne den youtube link die kanalmitgliedschaft für 5 euro im monat kommst du in den traders club auch da habe ich heute zwei neue einstiege durchgegeben unter anderem bei solana mögliche szenarien und natürlich auch bei near habt ihr auch gesehen im copy trading hat heute ja habe ich eine position eröffnet auch near sieht übergeordnet nicht schlecht aus so kriegen es die leute im traders club mit einstieg stop loss szenarien alles und mindest ziel level ja so sieht es dann aus einfach übersichtlich ganz klares take profit stop loss kein rumgeschwafel was wäre wenn bla 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 sondern einfach nur knallhart dass jeder sich sofort positionieren kann und dann den eventuellen zug nach oben mitreiten kann wie gesagt für fünf euro im monat verlangen andere analyse häuser deutlich mehr ich bin ein community house und kein analyse house ich bin für die community da und von daher würde ich mich freuen wenn du es auch probierst wenn nicht dann auch okay ist in ordnung wir sehen uns dann auf jeden fall zum nächsten update video euch einen wunderschönen donnerstag heute wann wird der donnerstag ich glaube ja einen wunderschönen donnerstag genießt das wetter passt auf euch auf falls ihr kreislaufprobleme habt oder mit dem herzen es soll wieder schwül heiß werden alles gute für euch und wir sind auf jeden fall zum nächsten update video euer joe macht es gut und ciao ciao leute